Liebe Nutzerinnen und Nutzer, das Jahr 2013 wird politisch durchaus spannend. Wir haben zum Beispiel Landtagswahlen in Niedersachsen und in Bayern und dann vor allem die Bundestagswahl. Meine Partei hat 2012 nicht so gut gestartet, das stimmt, wir hatten unsere Auseinandersetzung. Aber wir haben uns in Göttingen zusammengerauft und seitdem sind wir wieder deutlich besser geworden. Die Mitgliedschaft ist motiviert, in der Fraktion leisten wir eine gute Arbeit. Weil deshalb bin ich auch optimistisch, was die Bundestagswahl betrifft. Aber es geht doch nicht um uns, es geht auch um die Gesellschaft. Wir sind das wichtigste gesellschaftliche Korrektiv im Bundestag. Die anderen Fraktionen würden alle anderen wichtigen Dinge in Konsens entscheiden. Und ich bin diese Konsenssoße wirklich leid. Egal ob ich den Afghanistan-Krieg nehme, ob ich die Stationierung von Patriot-Raketen an der syrischen Grenze nehme, die uns, völliger Wahnsinn, dort erstmalig zur Kriegspartei machen, im Nahen Osten. Ob ich die Kürzung der Rente um zwei Jahre nehme oder ob ich die ganze prekäre Beschäftigung nehme, die viele Leute so zurecht derft, den Niedriglohnsektor nehme, all da sind sie sich einig. Die Einzigen, die wirklich Widerspruch erheben, sind wir. Und je stärker wir werden, desto mehr korrigieren sich die anderen. Herr Steinbrück sagt, er will einen Wechsel. Aber was für einen Wechsel? Einen reinen Personalwechsel? Wir brauchen doch einen Politikwechsel. Er spricht sich gleich gegen die Linke aus. Aber ich sage, ohne die Linke wird es keinen Politikwechsel geben. Je stärker wir sind, desto eher begreifen das auch die anderen.